Ich bin eigentlich wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich eine Maschine, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, das werden wir heute Abend auch klären. Also ich persönlich muss ja sagen, ich bin am anfälligsten eigentlich, was das Lachen betrifft, für meine eigenen Witze. Deswegen hat jeder... Schon deswegen wäre ich nichts für LOL. Ja, ich merke das schon. Da wäre ich schon raus. Es sind keine Witze. Das ist das Problem. Ich habe da gleich einen richtigen Brüller zum Anfang. Es ist aber tatsächlich... Das ist geil. Zurück und ganz kurz Spaß beiseite. Wussten Sie eigentlich nichts? Das ist ein gutes Konzept. Das ist ein gutes Konzept. Wir kommen zu... Spaß beiseite. Hier auf der Seite ist noch gar nicht angekommen, das Spaß. Das sollen wir beiseite tun. Das ist aber auch eine Einstellungsfrage. Wie kriegen Sie den jetzt ernsthaft drüber? Wussten Sie eigentlich, dass... Ja, was denn? Okay, ich versuche es, ich konzentriere mich jetzt ganz kurz. Wussten Sie eigentlich, dass... Walkie-Talkie. Auf Französisch Talkie-Walkie heißt. Das ist so. Das tut mir leid. Okay. Jetzt kommst du, Dieter. Okay. Aber wir schauen jetzt mal auf die Publikumsverteilung. Wir sehen ihn noch immer noch in dem Teil, wo er den Text hat. Das ist das Problem. Im virtuellen Publikum hinter Thorsten Sträter und Bernhard heute 55 Zuschauer. Hinter Dieter und Elton nur 34. Das war ein Witz mit meinem Naht. Ja, ja, ja. Unfassbar. Ein Witz mit meinem Naht. Den hat doch nie einer gemacht. Das hat doch erleden. Ich kenne das aber. Da kommen doch heute ganz viele. Nur die Liebe zählt und so. Da kommt ganz viel von. Jetzt gucken wir einfach mal auf die heutigen zwölf Kategorien. Hier ist die Wand. Ach, Kinder. Die zwölf Kategorien heute sind Obst und Gemüse. Hollywood. Hollywood. Total genial. Soll ich? Okay. Obst und Gemüse. Hollywood. Total genial. Tierisch, tierisch. Tankstelle. Auf der Flucht. Das Fragezeichen. Danke. Unsere Erde im Garten. Wahnsinn des Tages. Clever Heimat. Bernhard. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. Das seid ihr. 500 Euro für jede richtige Antwort. Beide Gäste haben einen Video-Joker. Ich hab ein bisschen Angst. Womit? Hat die Sendung schon angefangen? Hollywood. Natürlich Hollywood. Wenn sich jemand mit Filmen auskennt, dann bin ich. Und sonst frage ich einfach dich. Ja.